Hallo Laura, du bist Schülerin an der Ligakademie für Foto und Design im Vollzeitlehrgang. Das ist eine sehr umfassende Ausbildung, umfasst viele Bereiche. Gibt es einen, der dich besonders interessiert? Ja, es sind eigentlich alle Bereiche relativ interessant und mir taugt das Filmen sehr, wo ich jetzt in der Schule draufgekommen bin, weil ich das vorher noch nie gemacht habe. Aber auch vor allem Mediendesign und es ist cool, dass wir so ein Abschlussprojekt haben, das sehr ausführlich ist. Ich zum Beispiel mache da ein Plattencover. Das ist ein echter Auftrag für einen guten Freund von mir, der selber produziert. Und auf das bin ich schon voll gespannt, wenn das einmal öffentlich wird und die Welt zirkt. Schön, danke Laura.